Willkommen, bonjour, haben Sie gelesen, heute kommt er, Abdur-di-Bullah, der König von Hamoudistan. Um 2 Uhr trifft seine Majestät Abdur-di-Bullah mit Gefolge am Bahnhof ein, Herr Turfrakis' Majestät Abdur-di-Bullah arrives at the Railway Station am Abdur-di-Bahn. Großer Empfang durch die Spitzen der Behörden, der Oberbürgermeister und sämtliche Minister werden ihn feierlich begrüßen. Der erste König, der der Republikseiten Besuch macht, the first king who is visiting our new and young republic! Yes! Woo! Yeah! Yes! Nee, das lassen wir uns nicht nehmen. Der wird bing! Augen machen, wenn er durchs Brattenburger Tor einzieht. Die Ausschmückung von Pariser Platz kostet allein 100.000 Mark. Ja! Da lassen wir uns nicht laliluppen, denn im King King König ist uns nichts zu teuer. Nein, dann müsst ihr doch von Recht zwingen, ihr altes Monarchistenherz überschlagen. Wegen deiner Majestät aus Hamoudistan? König ist König! Meinen Sie, meine Liebe, ich habe die hohe Ehre gehabt zu werden bei der langjährigen Dienstzeit bei seiner Königin Hoheit, dem Prinzen Albrecht, mit wirklichen Majestät in die Berührung zu kommen. Hier in diesem Pavel waren fast alle Monarchisten Europas zu Gast. Ja! Dann kann ich über den Hummel, den ihr für heute einen hohen Besuch gemacht, nur haha, lächeln! Na, na mein Lieber, ich weiß schon, früher war alles viel schöner. Na, da wundere ich mich bloß, das hieß ich nicht schon, Pink!